willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten und man könnte ja meinen das ist ein kleines werbevideo für supercell ist es aber nicht eigentlich so ein kleines hater video kauft mehr gems ja warum eigentlich kauft mehr gems gehe ich mal kurz darauf ein ihr kennt das update glaube schon oder die update liegt hier jetzt gerade raus sind und ich will mal gerade gucken ich habe meinen client ja eigentlich immer auf englisch stehen ob supercell auch hausaufgaben gemacht hat dass sie es auch für jeden verständlich gemacht haben ob es auch die news im deutschen klein gibt das weiß ich noch gar nicht da lasse ich mich jetzt echt mal überraschen es gibt die news auch auf dem deutschen klein also okay es gibt die news auf den deutschen klein also schöner magischer gegenstand die forschung werden immer immer schneller sie sind ja sowieso schon so schnell jetzt werden sie noch mal ein bisschen schneller hurra dieser komische forschungstrank ist da ich habe heute so ein bisschen was immer so nebenbei mitbekommen abseits hier der liegen und aber bald verfügbar also das juni update nähert sich okay wir haben ja schon juni ja juni immer wenn supercell von einem update in einem monat spricht dann ist das auch ein dehnbarer begriff weil so ein monat der kann ja auch ein bisschen länger sein der kann auch ein bisschen länger sein und es gibt also im forschungstrank und ich finde es war ich muss sagen ich finde es witzig wie sie es hier umschreiben ja aber eigentlich unnötig wie sie es hier unten umschreiben also es gibt änderungen im lieber shop das finde ich gar nicht mal so schlecht die bauarbeitertränken kosten jetzt fünf medaillen läuft mehr sie kosten im moment 25 es gibt die trainingstränke das finde ich sehr sehr gut also es gibt auch was positives was ich diesem update liegt oder diesen update ein bisschen ab verlangen kann forschungstränke kosten 20 liga medaillen okay also man kann jetzt so ein bisschen alles was an forschung geht so ein bisschen pushen wenn es einem denn doch noch zu lange dauert und die forschung dauern echt nicht mehr lange aber sie haben es ja auch oft genug gepusht so nach dem motto werde schneller groß mache viel wir mal wir haben die liegen wir haben die clan games wir haben den shop kauft etwas und jetzt kommen diese hemmer mit der einführung der hemmer war es ja sehr sehr schick auch für mich habe das sicherlich irgendwann mal gesehen auf meinem rathaus 11 wie ich mir alle lager hoch gehämmert habe also bäm 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 480 hemmer oder hemmer nicht hemmer sondern liga medaillen und schon waren alle vier lager hoch das ist alles weg das ist alles weg und mit einführung der hemmer auch das finde ich wieder sie haben es toll umschrieben ich zwinge da mal ein bisschen marketing ich sage nur marketing ja ich sage nur ein bisschen marketing denn wenn ich jemand etwas verspreche also man hat ja die hemmer gehabt konnte sich alles hochballern man hat viel medaillen gehabt weil man ein bisschen gespart hat fürs nächste radhaus level oder so und konnte sich da wirklich zack 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 einiges hochballern richtung nächster radhaus stufe bis man halb pleite war oder was auch immer nein das ist jetzt vorbei sieben tage abkling zeit sieben tage abkling zeit ich habe mich da heute so rüber aufgeregt im discord also nicht wirklich aufgeregt eigentlich richtig nicht auf mir ist es egal ich habe alle zeit der welt in diesem spiel aber dennoch sind natürlich solche solche sachen vorbei wie ich mache mal eben vier helden level weil ich mal eben 800 medaillen habe und dann habe ich meinen king oder meine queen ich überspitze das jetzt mal mal von meinem radhaus neun der jetzt gerade aus der szenen wird um vier level hoch geht nicht mehr du hast jetzt sieben tage abkling zeit also so ähnlich wie die helden ab level 38 auch sieben tage brauchen um sie denn neu zu trainieren wenn du denn keine jams eingibt ein wirfst und deswegen heißt diese folge eigentlich kauft mehr jams ich habe so ein bisschen das gefühl ich komme ja selber aus der it szene und wenn ich bemerke meine kunden geben nicht mehr genug geld für meine sachen aus die ich habe dann muss ich etwas ändern da muss ich etwas ändern um meine kunden wieder zu überzeugen leute gibt mehr gibt gibt mehr geld aus für meine dienste aber was ich sagen muss ist das was ich hier lese ist ganz ganz großer bullshit denn wenn ich mit einem kunden ein sla habe und dieser sla oder also service level agreement so nach dem motto leute wenn ihr hier einen hammer erwerbt dann könnt ihr eure helden hoch machen ihr könnt eure lager hoch machen ihr könnt eure defensive hoch machen und 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 dann ist das auch so ein versprechen das könnt ihr erstmal und dann kann man eigentlich nichts toppen das heißt also ich verspreche meinen kunden jetzt nicht die welt wird besser für eure systeme weil ihr sie bei mir alle hostet sondern ich verspreche erstmal in meinem service level agreement wir machen alles für eure systeme wir hosten sie wir patchen sie wir sehen zu dass sie immer schön im backup sind wir sehen zu dass sie schön performant sind und so weiter wir gucken immer auf analysen auf statistiken dass es eurem system gut geht und wenn da mal was klemmt dann drehen wir proaktiv eine schraube dass es wieder ein bisschen besser wird das versprechen wir unseren kunden ihr müsst euch das jetzt so denken ich kunde supercell mein hoster oder mein chefkoch oder mein mein provider und dieser provider hier hat ja versprochen hey ihr habt ja viele viele medaillen also kauft euch da richtig viel zeus für denn es lohnt sich für euch ihr werdet schneller sein ihr werdet schneller leveln und diese schneller leveln und schneller vorankommen sie haben es dann und sie haben es ja auch getrieben mit ihren ganzen medaillen mit ihrem shop mit mit der klankriegsliga mit der mit der mit der normalen wie heißt es hier mit mit den klanspielen wo man die items bekommt und 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 plötzlich rudert man ganz ganz stark zurück und sagt oh leute das war eine marketing scheiß entscheidung das war eine fehlentscheidung ihr seid ja alle viel zu schnell ja ihr kommt ja gar nicht nach womit kommt ihr nicht nach ihr kommt damit nicht nach dass ihr keine gems mehr kauft denn ich hau mir alles mit dem hammer hoch ich kaufe mir ein buch für 500 mit den gesammelten gegenständen die hier aus dem spiel habe und das ist gewesen in shop gehe ich doch niemals um mir gems zu kaufen warum auch warum auch ich kaufe mir den gold pass für ein paar euro ja passt so ein paar euro rein aber ich hätte fast gesagt bis auf Trimax kenne ich kenne ich so jetzt keinen der einfach mal so in shop geht und mal eben so 109 euro rausballert nur weil 14.000 gems haben will um sich alles hoch zu gemmen kein mensch das sind auch nur meine behauptung gems sich jemals heute noch ein helden wo er sagt so meine queen geht jetzt auf 42 sieben tage 1000 gems punkt wer macht dann wer macht das noch nein man geht in shop kauft sich ein buch oder aber man nimmt sich ein hammer beim ressourcen sogar gespart kann ich vielleicht ein paar truppen leveln oder was auch immer ich fand es sehr sehr mau muss ich sagen ich fand es echt sehr sehr mau aber es ist auch eine marketing strategie und wenn sich ein marketing mal vertut weil sie nicht nachgedacht haben im vorne hinein so nach dem motto wenn wir das jetzt anbieten dann werden das ganz ganz viele machen aber sie werden dann aber die leute die vorher im shop gekauft haben die werden ja nie wieder bargeld in den shop reinballern um sich gems zu kaufen weil sie kriegen ja bücher sie kriegen medaillen sie können sich für die medaillen hammer holen sie können richtig schnell leveln alles vorbei also leute kauft mehr gems damit ihr auch nach wie vor genauso schnell vorankommt wie der brenden hier mit einem stellen auf diese echt schwache base ich hätte ein bisschen mehr erwartet wir haben hier heute so viel einsteller hingelegt also auch ein bisschen liga muss ja auch sein aber ich hatte heute ein bisschen ein bisschen wut im bauch muss ich sagen ich habe auch heute nachmittag schon getippt ich muss irgendwie so eine so eine folge machen von dem von dem update was denn da kommt einerseits stört es mich nicht es stört mich überhaupt nicht auch nicht dass der lille aber hier ein stellen gemacht hat auf die rathaus 10 base das stört mich nicht wirklich aber diese geschichte mit den hämmern hat mich schon ziemlich abgefuckt muss ich sagen und das ist so ein bisschen da rudert man nach hinten weil er ist gut aber nach vorn gibt den leuten etwas gibt ihnen etwas ja ich gebe euch etwas fest ist und dann sage ich auch scheiße da habe ich aber ein fehler gemacht da hat ein bisschen zu viel gefressen ich wollte euch doch nur die hand geben ihr habt meinen ganzen arm gefressen das wollte ich nicht also rudern sie dann wieder zurück und das muss ich sagen fand ich ich fand sehr sehr lehm weiß ich nicht vielleicht hinter mir das in in die meinung rein auch wenn dieses so ein bisschen so eine kleine hater super cell folge ist oder so oder nicht hater es ist ja ein marketing es ist ja auch ein stück marketing was dahinter steckt also ich denke auch auch immer wenn ich solche sachen sehe solche games solche strategien hier denke ich auch auch ich denke immer so ein bisschen an den geschäftsaspekt und vielleicht hat 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 man sich da vertan im marketing hat gedacht mensch mit dem medaille mit der liga mit dem shop und so weiter da kommen wir hier weiter beziehungsweise das bereichert uns aber hat vielleicht festgestellt nee das bereichert uns nicht kein geld kein mensch gibt mehr geld für den shop auf weil es gibt ja die items überall woanders überall woanders und wann gab es schon mal juwelen in einem paket also mit einem paket was weiß ich heldenbuch 100 millionen gold und 30 gems das gab es doch schon ewig nicht mehr du musst die reinen gem pakete kaufen denn in den normalen paketen findest du sowas gar nicht ich finde im moment mit dem avatar hier vor allen dingen noch mehr als wenig ich habe schon mein ganzes mein ganzes zeug im moment im mauren investiert und habe mich heute aber so ein bisschen über die ich will nicht sagen über die liege aufgeregt aber warum macht denn der maxi eigentlich auf mein gegenüber nur 98 prozent gucken wir mal muss ich mich ein bisschen anders orientieren uns gerade aber wie gesagt ist ich finde es ist ein bisschen marketing dieses update und oder oder eine sehr sehr starke marketing strategie um wieder ein bisschen zurück zu rudern bei den truppen kann kann ich das immer verstehen also wenn truppen genervt werden das heißt also du du pusht eine neue truppe und sagst hey der pecker hat jetzt ganz ganz viel leben ja und der tesla macht keinen dreifachen schaden mehr an dem an dem pecker alles gut das ist ein nerf das in ordnung nämlich den nerf der defensive die jetzt nicht mehr so viel schaden an etwas macht aber hier mit etwas was die zuschauer schon hatten oder die spieler zuschauer schon hatten ihnen das wieder wegzunehmen das finde ich richtig scheiße das wirklich scheiße und denn das ist so eine so eine geschichte wo sie feststellen das war doch nicht so in die richtige richtung da muss das marketing vielleicht dann auch mal zwei schritte weiter denken und muss muss vorausschauend denken so muss ich mal sagen und nicht erst denken scheiße leute keine es kommt keine knete mal rein was können wir denn machen ja warte mal dann lasst uns den kunden mal an einer anderen stelle auslutschen ah ich weiß wie ja die hammer nur noch nur noch ein paar mal benutzen also alle sieben tage könnt ihr den hammer benutzen und bitte den rest jam ja also bitte den rest jam jams wisst ihr wo wisst ihr wo die gibt im shop ja die ein bisschen bargeld einwerfen leute das ist ein bisschen überspitzt ich weiß es aber ich glaube so ist so ein bisschen marketing auch marketing strategien die dahin zählen dass der kunde wieder etwas mehr geld in ein in etwas steckt was ihm wichtig ist gar keine frage clash of clans ist wichtig für uns alle spiel spaß aber wo halt der provider oder der hoster so nenne ich so passiert jetzt mal merkt scheiße wir nehmen gar kein geld machen ja am ende des monats da steht zwar der kunde hat ausgegeben 474.000 hammer hat 300.000 mal dass das buch gekauft auf aus dem shop aber aus dem normalen shop da kauft ja kaum noch jemand hat das ist doof ja das ist doof da müssen wir da müssen wir was machen da müssen wir daran arbeiten dass der kunde wieder im shop kauft also wieder ein paar münzen einwirft und ich glaube das gelingt ihnen hiermit denn du kannst dann einen helden ich nenne es mal so du haust den helden hoch 160 gems oder 165 marken meine ich tschuldig marken für ein hell level du hast aber noch so viel aus dem gold pass kannst du noch mal ein helden leisten also was machst du haust den helden hoch und gems und haust den per gems hoch ich weiß dass ihr braucht mir nichts erzählen ich weiß dass das leute machen es ist so ich mache es nicht ich habe es nicht nötig ich habe alle zeit der welt mit diesen mit mit meinen ganzen accounts mein rathaus silver bespiele ich zurzeit gar nicht noch nicht mal mehr in der liga und deswegen habe ich erst gedacht ich mache hier so eine hater folge aber die folge heißt trotzdem kauft mehr gems ihr wisst jetzt genau worum es mir eigentlich geht und das sei aber euch überlassen es gibt hier im moment nach wie vor nichts für mich ich kann hier kein einziges heldenbuch ich habe über 300.000 dunkles noch hier auszugeben ich habe schon vor lauter verzweiflung das ganze gold und elex in mauern ausgegeben ja mag mal sein aber ich glaube dass es nicht ganz so schlimm mal sehen wie es hier mit supercell und den ganzen erweiterungen und so weiter weiter geht ich bin wirklich mal sehr sehr gespannt und ich zeige euch noch mal den shop hier gibt es übrigens die gems hier oben wo diese drei marken sind also 80 für 1,09 euro ja und dann geht das hier bis zur trimexkiste 100 euro 109,99 für 14.000 ich glaube da will supercell jemanden hinbringen indem sie die indem sie hier die downtimes heruntersetzen dass du nicht mehr so wie ich es gemacht habe mit dem rathaus elfer ich habe mir glaube ich damals viermal das buch oder dieses buch des hammers gekauft und konnte damit alle armeelager auf einen tag binnen sekunden hoch ballern das geht nicht mehr dauert ja jetzt vier wochen weil du ja sieben tage downtime pro hammer hast das heißt also nicht jetzt auf alle hammer das heißt wenn ich jetzt einen helden hoch mache mit einem hammer dann kann ich natürlich noch hier den hammer des zaubers gebrauchen ich kann hier auch noch den hammer gebrauchen also man kann alle alle hammer einmal benutzen danach haben sie sieben tage downside egal welche namen ich gerade nutze und vielleicht kam es ein bisschen unverständlich rüber aber wir werden das in der praxis machen was aber in der praxis auch passiert habe ich jetzt mal so festgestellt ich hatte jetzt zwei tage lang hier alle lager voll alles das was man sich hier erfarmt auch wenn die lager voll sind also überfüllt vom gold pass oder so gehen hier in die vorteile rein das heißt also wenn ihr dann angreift und denkt scheiße ich kriege ja gar kein lot mehr wie ich ich habe es dann getestet kriege ich noch lot ja ich kriege noch lot und der geht ja auch nach wie vor in die saisonbank rein also da hat man keine sorge dem hat supercell noch kein riegel vorgeschoben und wenn euch die folge gefallen hat auch wenn es mal nicht ganz so viel clash of clans war dann lasst mir einfach am ende einen daumen nach oben da und wir werden uns sehen ich glaube heute abend irgendwie im live stream aber ich glaube der live stream wird ein ganz ganz klassischer just chatting live stream ich möchte nicht so viel clash of clans zeigen beziehungsweise ich habe gar nicht so viel zu zeigen deswegen glaube ich verbleiben wir so ein bisschen auf meinem desktop machen vielleicht mal was ganz ganz anderes was ihr von mir aus so noch nicht kennt und ich hoffe ihr seid trotzdem am ball bis dahin euer toto bis dr